Was ist mit einer Lederhose am Wochenende in Bayern, egal wer die anzieht, ist man nie schlecht angezogen. Da kann man keinen Fehler machen. Ich persönlich habe es jetzt vielleicht drei, vier Mal im Jahr an, wenn es halt irgendwelche Feste zu feiern gibt, die so ein bisschen bayerischen Hintergrund haben. Ansonsten beschreibt es halt einfach so ein bisschen das bayerische Lebensgefühl. Das steht natürlich für Tradition, ist ja irgendwo auch eine traditionelle Kleidung. Und dementsprechend kann ich mich da sehr gut damit identifizieren. Und ich glaube in der Welt, wenn man so die bayerische Tracht sieht, das hat auch nur was Positives.